Hallo, ich bin René Pfehmann und wir verkaufen Obst und Gemüse, hauptsächlich regionales Obst und Gemüse, auch Südfrüchte und wir sind auf dem Wochenmarkt in Karlsruhe hier schon seit 60 Jahren, Familienbetrieb. Mein Vater hat das aufgebaut gehabt und ich habe das jetzt übernommen und wie gesagt, sind hier auf dem Stephansplatz, Montag, Mittwoch, Freitag, sind in der Nordweststadt, dienstags und samstags und in Rückur sind wir auch noch mit Vox und Samstags vertreten. Ja, wie gesagt, regionale Produkte, alles was zurzeit nicht regional gekauft werden kann, wird natürlich zugekauft, damit man ein bisschen Auswahl hat und wir versuchen auch immer mit die günstigste zu sein auf dem Markt. Ja, wie gesagt, sind hier in der Nordweststadt. Ja, wie gesagt, sind hier in der Nordweststadt. Ja, wie gesagt,